Ein voller Saal. Ich bin begeistert. Willkommen zu Linux House Security von Christian Schlankowicz. Willkommen. Dankeschön. Ich glaube es waren noch nie so viele Leute in einem Talk. Also es ist auch für mich ein Highlight, dass der Saal so voll ist. Also vielen Dank schon mal an euch, dass ihr hergekommen seid zu so fortgeschrittener Stunde, euch noch mit Linux Security beschäftigen zu wollen. Finde ich super. Ich bin Christian. Ich bin Berater und Trainer bei der SVA. Das ist der größte inhabergeführte IT-Systemintegrator Deutschlands. Und da bin ich vor allen Dingen in den Bereichen Linux, Virtualisierung, Infrastructure as Code und Automation unterwegs. Also ich bin ein sehr fauler Mensch. Deswegen finde ich alles, was man manuell machen muss, kann man einmal machen. Aber spätestens beim zweiten Mal sollte man schon überlegen, ob man das nicht irgendwo in den Automatismus gießt, weil dann habe ich mehr Zeit Katzenvideos zu gucken. Und auf der anderen Seite, die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo einen Pflichtigkeitsfehler mache, die ist dann doch geringer. Ich glaube, das kommt euch sicherlich bekannt vor. Und das gilt natürlich auch für Security Hardening. Darum soll es heute gehen. Ein Nebenquest ist noch, dass ich den Focus on Linux Podcast moderieren darf, wo wir zweimal im Monat über solche Themen sprechen. Und wenn ich zwischendrin noch mal Zeit finde, dann blogge ich manchmal auch ein bisschen auf meinem Blog über genau diese Themen. Aber heute soll es ja um Linux und Security gehen. Wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Agenda. Wir sprechen gleich erstmal eingehend so ein bisschen über die Motivation. Warum machen wir das Ganze? Was sind so typische Grundlagen, womit man mal beginnen kann, um so ein System grundlegend abzuhärten? Dann zeige ich euch neben den Basics noch ein paar weitere Tools. Und mein persönliches Highlight ist das Tool DevSec. Kennt das jemand von euch schon zufällig? Deswegen seid ihr hier. Das finde ich super. Beim nächsten Mal gehen dann vielleicht mehr Hände hoch. Aber beginnen wir vielleicht erstmal. Warum sollte man überhaupt ein Linux-System absichern? Linux ist doch sicher. Oder könnte man jetzt behaupten, dem ist aber leider nicht ganz so. Linux-Systeme sind vor allen Dingen im Serverbereich super populär und werden da auch immer populärer. Kleiner Funfact. 80% der Web-Server werden unter Linux betrieben. Das ist so ein Fakt, den man mal so stehen lassen kann. Und mehr als 50% der Azure-Workloads sind Linux-Workloads. Also ich rede von der Microsoft Azure Cloud. Das zeigt halt, selbst bei einem Microsoft-Anbieter ist Linux ein großes Thema. Von daher, Linux ist schon lange kein Nischensystem mehr. Wir haben das 30-jährige Jubiläum von nicht allzu langer Zeit gefeiert. Und gerade wenn wir mal so Themen gucken wie IoT, das ist in der Regel ja Linux basiert. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass dadurch das Interesse für Angreifende natürlich interessanter wird. Wenn irgendjemand so eine tolle IoT-Haustürklingel hat und man da irgendwie reinkommt, dann kann man da natürlich allerhand Schabernack mit anstellen. Und das große Problem ist auch, dass Standard-Installationen in der Regel nicht sicher sind. Also ich dachte, naja, wenn ich mir so ein Ubuntu installiere oder ein CentOS oder whatever, dann wird das ja wohl schon sicher sein. Wir werden sehen, dem ist nicht ganz so. Und oftmals müssen AdministratorInnen so ein bisschen den Trade-off definieren. Will ich mehr Sicherheit, habe ein System, das sicherer ist, aber schwieriger zu benutzen ist? Oder hätte ich gerne ein System, das komfortabel zu benutzen ist für meine Anwendeten, aber vielleicht nicht ganz so sicher? Ja, das ist zumindest die Situation, in der ich mich oft befinde. Geht das euch auch so? Sehe ich ein getraurige Gesichter, die nicken. Und ja, das Jahr des Linux-Desktops kommt sicherlich noch. Also spätestens, wenn wir irgendwann auch mal alle Linux auf dem Desktop haben, müssen wir auch grundlegend über das Thema Security vielleicht nochmal reden. Dass es uns vielleicht nicht ganz so geht, wie dieser Sicherheitskontrolle. Also ganz so schlimm ist es nicht, kann ich euch versichern. Aber so soll es halt auch nicht aussehen. Glücklicherweise ist es ja so, dass wir unter Linux viele Möglichkeiten haben, unser System zu härten. Wir haben zum Beispiel, wir können sinnvolle Grundeinstellungen vornehmen. Wir haben so tolle Techniken wie SE Linux und Abamor. Wer hat schon mal SE Linux deaktiviert? Traut euch. Da gehen sehr viele Hände hoch. Ich verstehe das, aber es ist eigentlich keine gute Idee, das zu tun. Ich verstehe aber, wenn man sagt, man will erstmal ein funktionsfähiges System haben und denkt darüber nach. Aber man kann es ja auf Permissive Mode setzen, statt es hard zu disablen. Dann kann man sinnvoll damit arbeiten, sieht aber trotzdem noch, wo eventuell die Probleme begraben sind. Ja, dann gibt es die Möglichkeiten, das will ich euch später auch zeigen, eine automatisierte Härtung nach Best Practices vorzunehmen. Damit bin ich bisher immer in Projekten ganz gut gefahren. Und so Dinge wie, dass man vielleicht automatisch IPs sperrt, die schabernackt betreiben. Das sollte eigentlich auch so sein, denn dann ist man zumindest ein bisschen grundlegend gesichert. Und auch ganz, ganz wichtig, testen, testen, testen. Wer von euch hat alles eine Testumgebung für die Dinge, die ihr tut? Da gehen ein paar Hände hoch, aber nicht alle, weil ich glaube, wir alle kennen das Problem. Es gibt so Systeme, die sind irgendwie brott gegangen, sind super wichtig, aber Budget für eine Testumgebung war dann halt irgendwie alle. Aber dazu später. Kommen wir mal zu den Grundlagen. Paketauswahl. Also es sind jetzt alles so ein paar Facts, die ich aus Projekten und euch mal zusammengetragen habe. Ich denke, weniger ist mehr, ist glaube ich bekannt. Das heißt, es ist vielleicht sinnvoll, eine minimale Paketauswahl zu verwenden. Also jetzt vielleicht nicht alle 15.000 Pakete, die es so gibt, auf so einem System zu installieren. Weniger ist da manchmal doch mehr. Und auch keine GUI auf Servern installieren. Wer von euch macht SAP oder muss SAP machen? Da geht eine Hand hoch, ein paar mehr. Warum auch immer, ich weiß es nicht, was der Hintergrund ist. Oder zumindest kann ich es nicht genau verifizieren. Wenn man sich einen SAP oder einen SAP HANA installiert, hat man automatisch eine vollwerkegrafische Umgebung mit Gnome, mit keine Ahnung was. Ich glaube, es hängt mit dem SAP GUI zusammen, damit man lokal mal den SAP GUI testen kann. Das ist jetzt halt nicht so unbedingt eine schlanke Softwareauswahl, wenn man einen vollwerken GUI hat mit einem LibreOffice drauf. Ist aber der Standard, wenn man es less for SAP macht. Oder generell SAP auf Linux macht. Das ist bei REL, glaube ich, genauso. Also das nach Möglichkeit vermeiden. Auf einen Server gehört keine GUI. Und nicht benötigte Pakete kann man auch deinstallieren. Guckt einfach mal, wenn ihr so ein System installiert habt, wie viele Pakete brauche ich wirklich? Sind da vielleicht ein paar Libraries drin oder ein paar Tools, die nice to have sind, die ich aber eigentlich nicht tagtäglich brauche? Wenn ja, löscht sie. Und auch der Klassiker, man sollte keine Pakete aus nicht vertrauenswürdigen Quellen installieren. Also sowas wie, ich suche eine tolle Bibliothek und die finde ich auf irgendeinem kuriosen Server in kyrillischer Sprache und da ist irgendwie eine Datei und die installiere ich einfach mal. Das kann man schon so machen, aber ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Oder auch so Klassiker wie, ich brauche eine Library für eine Debian-Maschine, finde aber nur ein Paket für einen Ubuntu-Server. Ubuntu und Debian sind ja ziemlich gleich. Da könnte man ja auf den Gedanken kommen, sich einfach das Ubuntu-Paket auf den Debian-Server zu installieren. Das kann gut gehen, kann aber auch massiv nach hinten losgehen. Also nach Möglichkeit, wie hier die Person auf der rechten Seite, auch so Sachen wie, man hat irgendeine sketchy URL, macht einen Curl drauf und routet das direkt in die Rootshell. Das klingt für mich auch eher nach, wie mache ich mein Leben spannender. Deswegen immer ein ordentliches Repo dafür benutzen. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, regelmäßig Updates zu installieren und das sollte auch der Default sein. Also ein System, das Stand heute sicher ist und alle Updates hat, das muss morgen nicht der Fall sein. Deswegen sorgt dafür, dass ihr regelmäßig Updates installiert. Ich weiß, in größeren Firmen hat man da häufig mal die Diskussion, Wartungsfenster ist da so ein böses Wort, was man im Kontext gerne hat. Habt ihr alle regelmäßige Wartungszyklen oder gehen auch einige Hände hoch? Das ist ja immer so ein Kämpfen gegen Windmühlen. Ja, also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Beim ersten Job war ich auch für eine SAP-Landschaft mitverantwortlich und ich habe wirklich am 1. Januar schon direkt quartalsweise die Wartungstermine geblockt und alle SAP-KollegInnen drauf eingeladen, damit man einfach sieht, okay, das sind die Daten, die sind gesetzt. Und bitte versucht nach Möglichkeit, da auch zur Verfügung zu stehen, dass wir sicherstellen können, dass die Maschinen da sind. Also es ist ein unfassbar ermüdender Prozess, aber versucht das bei euch wirklich zu etablieren. Denn es bringt nichts, wenn ihr einen tollen Server habt, den ihr aber nur einmal im Jahr patchen könnt, weil ihr sonst keine Downtime bekommt. Das bringt dann halt einfach nichts. Dann kann das System trotzdem relativ einfach gehackt werden. Was man da auch machen kann, wenn es das Ganze zulässt, man kann auch automatisiert Updates installieren lassen. Für Debian-basierte Maschinen gibt es da das Unattended Upgrades-Paket, das vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist. Für Rettet-artige Systeme gibt es Jumcron oder DNF-Automatic. Und da könnt ihr einfach so Dinge machen, wie dass zum Beispiel Security-Patches automatisiert installiert werden, aber jetzt neue Features oder Bug-Fixes müssen manuell von euch getriggert werden. Das ist eigentlich ein gängiger Kompromiss, dass man sagt, naja, okay, wirklich ganz wichtige und eklatante Sicherheitslücken kann man dann doch möglichst einfach automatisiert schon schließen. Das nächste Thema, Firewall, ich glaube, dass man die nicht deaktivieren sollte, dürfte niemandem von euch ein Novum sein. Auch da eine sinnhaftige Konfiguration vorzunehmen, sollte sich von selbst verstehen und das natürlich auch überprüfen. Also da ist es auch gut, wenn man ein Testsysteme hat. Und wie gerade schon gesagt, SE Linux nicht deaktivieren. Ich weiß, es kann wirklich painy sein, aber es wurde aus einer guten Motivation heraus erfunden, nämlich euch ein Tool an die Hand zu geben, dass ihr einen Server habt, der halt nicht mal eben random gehackt werden kann. Also da eine kleine Anekdote aus meiner Zeit als Admin. Wir hatten da einen Web-Server, auf dem eine sehr, naja, selbstgestrickte Anwendung lief, die mehr Berechtigung benötigte, als sie eigentlich haben sollte. Und es hat sich herausgestellt, dass das keine gute Idee ist, auf dem System SE Linux zu deaktivieren. Das habe ich auch mehrfach gesagt. Wie das oft so ist, wurde aber entschieden, es wird deaktiviert, damit eine Mailing-Funktion zur Verfügung steht, die für den Kunden ganz wichtig ist. Und es hat genau zwei Tage gedauert und wir wurden von sämtlichen Mail-Relays geblockt, weil Spam verschickt wurde über unsere Maschine. Also seitdem weiß ich auch, SE Linux blockt sehr viel, aber meistens hat das auch einen guten Grund, warum da viele Dinge geblockt werden. Also tut euch und der Nachwelt einen Gefallen und versucht wirklich einen Weg zu finden, damit umzugehen. Das war am Anfang ziemlich painy. Mittlerweile gibt es ziemlich viel vorgefertigte Module, die auch einfach funktionieren. Und man kommt auch mit dem Logging mittlerweile gut raus und sieht dann halt auch, welche Dinge nicht funktionieren und kann sich selbst eigene Regeln bauen. Da werde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, weil sonst wäre das ein Drei-Stunden-Talk statt ein Einstunden-Talk. Vielleicht kann man das mal als neue Idee auffassen, sich mal Deep Dive mit SE Linux zu beschäftigen. Ansonsten, was ihr niemals tun solltet bei Dateisystemen CHMOD 0777. Wer hat das schon mal gemacht? Habe ich auch schon gemacht. Zu Testzwecken kann man das bestimmt mal machen, aber man muss wirklich dafür Sorge tragen, dass es nicht zum Standard wird, weil sowas ist schnell mal eingesetzt und dann vergisst man es. Und schwuppdiwupp hat man irgendwo einen Dienst, der dann doch auf eine Datei schreiben darf, wo er eigentlich nicht hinschreiben sollte. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr kommt mit dem klassischen Berechtigungskonzept nicht zur Rande. Was passieren kann? Kein Problem, dafür wurden ACLs erfunden, die halt alle gängigen Dateisysteme mittlerweile können. Generell vermeidet auch Set-Do-It- und Set-Git-Bits. Und was auch eine gute Idee ist, einfach dedizierte Partitionen einzusetzen, damit euch, wenn die Platte vollläuft, wir alle kennen das, eine Applikation, die mehr lockt, als sie sollte. Wenn die Platte vollläuft, dann bedeutet das im schlimmsten Fall, ich habe einen Server, der nicht mehr funktionsfähig ist, weil keine Logs mehr geschrieben werden können. Deswegen war Home und Opt sind eigentlich gute Kandidaten, das auszulagern. Hier haben wir eine Frage. Hier ist ein kleiner Randkommentar. Halt. Halt. Zu den ACLs ein kleiner Randkommentar. Kann das Backup-System dann auch ACLs? Klassische Beraterantwort, it depends. Also normalerweise sollte das Backup-System das abkönnen, aber es steht ein Feld natürlich mit der Software, die ich einsetze und muss natürlich auch die Konfiguration validieren. Also ich habe jetzt schon länger keine Backup-Server mehr installiert, aber ACLs gibt es seit 20 Jahren, glaube ich, in XFS und so weiter. Würde ich hoffen, dass es so drin ist, aber die Anmerkung ist wirklich Gold wert. Guckt da nochmal rein, redet mit euren Backup-KollegInnen und lasst es nochmal gegenprüfen. Die Hoffnung ist schon tot, ja. Kann ich nachempfinden. Vielleicht findet sich ja doch jemand, der mit dir drüber gucken kann und dann kann man ja nochmal drüber schauen, ob ACLs unterstützt werden. Gut, soviel zum Dateisystem, was man da falsch machen könnte. In puncto Passwörter wäre auch zu beachten, Passwort-Aging ist prinzipiell eine gute Idee, ebenso wie eine minimale Passwort-Länge. Das könnt ihr in der etc-Login.devs definieren. Da gibt es hier die Variablen, die hier aufgelistet sind. Pass-Min-Days, Max-Days und Min-Lan und Max-Lan. Wie alt muss ein Passwort mindestens sein, bevor ich es wieder ändern darf? Wie alt darf es maximal werden? Da ist der Default, glaube ich, auf 99.999. Das ist definitiv kein Wert, den ihr haben wollt. Da wollt ihr nach Möglichkeit schon einen kürzeren Wert haben. So 60 oder 90 sind so die üblichen Werte. Bitte? Warum? Die Frage war, warum er sein Kennwort so häufig ändern will. Ich glaube, zu erahnen, in welche Richtung die Frage geht. Wir sind hier in der Nähe der Besen. Genau, ja. Also, sicherlich kann man sich darüber streiten, ob es sinnvoll ist. Passwörter so häufig zu ändern. Ich glaube, die Standardantwort, die das BSI gibt, ja. Und der Zeitpunkt soll da möglichst gering sein. Selbst das BSI hat mittlerweile die Empfehlung, das Passwort regelmäßig zu ändern, aus ihren Richtlinien entfernt. Wirklich? Okay. Ja. Und schon seit mehreren Jahren. Ach, okay. Wer diese Empfehlung noch ausspricht, hat die neuesten Empfehlungen vom BSI noch nicht gelesen. Okay. Hast du da eine, wie heißt die Spezifikation, wo ich das nachlesen kann? C5? 2022. Okay. Gut. Guter Hinweis. Dann werde ich mir das mal näher anschauen. Gibt es denn auch Angaben zum Thema Passwortkomplexität, was der nächste Punkt hier ist? Gibt es nicht? Okay. Ja, die Komplexität ist jetzt gar nicht unbedingt das sicherste, sondern die Länge des Passworts ist ausschlaggebend. Oder ausschlaggebender. Okay. Glaub ich noch eine Anmerkung? Nein? Okay. Vielleicht noch mal kurz zur Wiederholung. Was muss man jetzt unter Passwortkomplexität verstehen? Das sind so Dinge wie, wie viele Buchstaben müssen Kleinbuchstaben sein? Wie viele sollen Großbuchstaben sein? Wie viele Sonderzeichen soll ich haben? Also das definiert man alles als Zeichenklasse und dann kann man so regelnd definieren, diese und jene Klassen sollten gegeben sein. Erst dann gilt ein Kennwort ab, potenziell sicher. Und das ist prinzipiell schon ganz gut, weil wenn ich ein 50 Zeichen langes Kennwort habe, aber da steht einfach nur immer Test, 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 dann ist das zwar ein langes Passwort, aber es ist ein sehr unsicheres Kennwort, das man potenziell einfach wieder knacken kann. Genau. Das wäre ein Thema, das man sich anschauen könnte. Wenn ihr LDAP benutzt, dann schaut euch vielleicht mal LDAP-S statt LDAP an, weil das ist prinzipiell verschlüsselt. Und wenn jetzt jemand im Netzwerk schon mitliest, ist es dann potenziell schwieriger, den verschlüsselten Datenstrom zu dechiffrieren als den unverschlüsselten. Zum Thema SSH sei noch gesagt, prinzipiell nach Möglichkeit den Root-Zugang deaktivieren, das heißt, dass man sich nicht direkt als Root per SSH anmelden kann. Man kann sogar, soweit hergehen, kann alte Chiffren deaktivieren. Ansonsten ist es ratsam, Public-Key-Authentifizierung zu benutzen, Passwort-Authentifizierung im Gegenzug zu deaktivieren, das heißt, dass man personalisierte Schlüssel, ein Public-Private-Key-Pärchen hat und dann eben die AdministratorInnen, die auf die Systeme müssen, dann darüber zu berechtigen, hat dann den Effekt, dass man halt eben auch personalisiert Datenzugang hat. Ja, und leere Kennwörter deaktivieren, ich denke, das soll da selbst erklärend sein, weil ein Service-User, der vielleicht hohe Berechtigungen hat, aber ohne ein Passwort sich authentifizieren kann, ist natürlich ein potenzielles Risiko an der Stelle. Was man dann auch noch machen kann, ist eben TCP-Forwarding oder Tunneling deaktivieren. Wenn man sowas für Jump-Host beispielsweise nutzt, um sich wo reinzutuddeln, wäre das auch eine Option. Da sind wir aber wieder bei dem Punkt, was ich eingehend sagte, die Frage ist halt, will ich potenziell mehr Sicherheit oder mehr Komfort? Darüber kann man sich dann streiten. Oftmals kann man so machen, dass man sagt, man deaktiviert das für alle Systeme, außer da, wo es zwingend benötigt wird vielleicht. Dann kann man da nochmal in die Diskussion gehen, ob es sinnvoll ist, da diese Option entsprechend nicht zu setzen. Da haben wir eine Anmerkung oder eine Frage. Nach letzter oder vorletzter Woche sollte man auch das SSH-Agent-Forwarding ausscheiden. Okay, was ist da passiert? Da gab es einen Bug in SSH. Ah, okay, sehr gut. Gut zu wissen. Ich war die letzten zwei Wochen im Urlaub, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Aber das ist ein guter Hinweis, den ich gerne mitnehme. Wir haben hier oben auch noch eine Meldung in der vorletzten Reihe. Also am besten einfach das Agent-Forwarding komplett ausschalten, weil wenn man sich zum Beispiel zu GitHub oder sowas verbindet, sendet dort auch der SSH-Cline den Agent hin und theoretisch auf nicht vertrauenswürdigen Systemen ist damit auch ein Zugriff möglich, was der Agent kann, sobald man rein auf den Socket Zugriff bekommt. Also einfach nicht verwenden. Das ist die beste Variante. Guter Punkt. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Nee? Okay. Dann kommen wir mal zu den Serverdiensten. Was man da auch oftmals sich nochmal anschauen sollte, ist, verschiedene Dienste verschicken oftmals Banner oder Server-Tokens. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr auf irgendeinem Web-Server wart und habt da ein 404 und dann habt ihr dann unten sowas stehen wie Apache 2.4. whatever, auf einem Sender ist sieben Punkt sowieso. Das ist natürlich potenziell eine Information, die man Angreifende nicht an die Hand geben möchte, weil dann kann man natürlich gucken, in dieser spezifischen Version, in dieser spezifischen Distribution gibt es da vielleicht Sicherheitslücken, die ich mir zunutze machen könnte. Das heißt, das kann man einfach deaktivieren bei den meisten Diensten. Da einfach mal nach Banner oder Server-Tokens suchen, gefolgt von der Anwendung, die ihr benutzt. Dann findet ihr da möglicherweise was. Natürlich regelmäßig Backups konfigurieren und Restores auch testen und es wäre natürlich super, dass all das, was ihr ausprobiert und konfiguriert, wenn ihr das mal auf einem Testsystem vorher erproben könntet, bevor das in die Produktion geht. Denn das eine oder andere Mal kommt da vielleicht ein Ergebnis beizustande, das ihr so gerne vorher gewusst hättet. Da auch nochmal ein Hinweis, es gibt verschiedene Exploit-Datenbanken im Internet. Wie gerade schon gesagt, Server-Dienste geben in der Regel mehr Infos preis als notwendig. Oftmals hat man ja auch so Debug-Ausgaben, gerade wenn man sich so ein Lamp-Stack hochzieht mit dem PHP zum Beispiel. Da kann man nochmal gucken, möchte man wirklich diese Debug-Ausgaben, die vielleicht für die Entwicklung relevant sind, auf dem produktiven Server haben? Eher nicht. Und gerade wenn ihr irgendwo einen produktiven Server in der DMZ habt, wollt ihr das auf jeden Fall abschalten. Und hier auch mal ein paar Datenbanken verlinkt, also ihr habt auch in den Slides, nachher könnt ihr da einfach draufklicken, dann seht ihr das entsprechend. Es gibt die Rapid7 Vulnerability and Exploit Database, es gibt ValDB, CX Security und so weiter, nur um mal ein paar genannt zu haben. Das sind Informationen, die sind öffentlich, die könnt ihr nutzen, aber die können Angreifende natürlich auch nutzen. Und wenn ich weiß, da läuft eine Applikation in dieser spezifischen veralteten Version, gibt ihr natürlich Angreifenden die Möglichkeit, das auszunutzen. Kommen wir mal zu ein paar weiteren Tools, die sinnvoll sein können, um so ein System abzuhärten. Und eins, was man sich da angucken kann, ist das Tool 8. Das ist das Advanced Intrusion Detection Environment. Das dient dazu, die Integrität von Dateien und Verzeichnissen zu überprüfen. Das heißt im Umkehrschluss, ihr könnt das zum Beispiel benutzen, um eine Rootkit-Analyse auf euren Systemen zu fahren. Das erstellt nämlich im Umkehrschluss einfach eine Datenbank mit kryptografischen Prüfsummen eurer Konfigurationsdateien auf eurem System. Und da seht ihr eben, welche Dateien sich geändert haben. Das heißt, man kann dann so einen Grundjob zum Beispiel definieren, der euch dann regelmäßig zum Beispiel täglich sagt, was sich geändert hat. Und dann seht ihr, wenn auf einmal eine Konfigurationsdatei, die ihr definitiv nicht geändert habt, einen anderen Hash habt, dann ist das eine gute Möglichkeit, mal das Restore zu testen und die vorherige Version der Konfigurationsdatei wieder auszurollen. In der Konfigurationsdatei von 8 definiert ihr, welche Dateien und Verzeichnisse überprüft werden sollen. Und da gibt es auch Flags, die dann so Dinge definieren, wie zum Beispiel, wollt ihr Berechtigung überprüfen oder Änderungen an der Datei? Ist der Benutzer oder die Gruppe der Datei relevant für euch? Kann man sehr fein granular definieren. Und es gibt auch Templates, die die Regeldefinitionen ein bisschen erleichtern sollen. Also das regelmäßig ausführen ist auf jeden Fall eine gute Idee auf produktiven Systemen. Und Abweichungen werden dann halt eben aufgelistet und man kann auch einen Mail-Report entsprechend konfigurieren. Wir haben eine Frage in der Runde. Ja, RK Hunter ist depreciated. Bitte? RK Hunter. Root-Gits Hunter. Okay. Das Tool. Sagt mir nichts. Suchen, finden, suchen von Root-Gits. Okay. Ist das depreciated? Das war die Frage, weil du warst nicht angesprochen. Okay. Das Tool sagt mir nichts, ne? Es ist alt. So alt wie ich. Das kann gut sein oder kann auch schlecht sein. Weitere Anmerkungen? Hier haben wir noch eine Frage in der zweiten Reihe. Ja, was Root-Gits angeht, da war eigentlich meine Idee, dass sich Root-Gits nicht im Dateisystem einnisten, sondern eher auf Read-Only-Memory. Und dann kann man ja nur diese Symptome quasi sehen und nicht das, was da im Dateisystem passiert ist an der Stelle. Und was meinst du mit auf Read-Only-Ebene? Also, dass das irgendwie sich im BIOS-ROM oder EFI-Chip sich das Root-Git eingenistet hat, bringt es ja nichts, eine alte Konfiguration zurückzuspielen. Da wäre das Tool dann vermutlich nicht sehr hilfreich. Das stimmt, ja. Okay. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Nein? Okay. Dann vielleicht mal so ein paar Beispiele, was so Flex sind. Das ist, man muss sagen, es ist nicht sehr benutzerfreundlich, dieses Tool. Aber wenn man sich mal eine Konfiguration gebaut hat, die funktional ist, dann kann man damit schon arbeiten. Also, was ihr hier oben seht, sind so ein paar Flex. Zum Beispiel P, Permissions für Berechtigungen, I für die Inodes und so weiter. S für die Size, also die Größe der Datei beispielsweise. Und dann gibt es aber auch komplexere Flex, wie zum Beispiel ACL, was euch dann visualisieren würde, wenn irgendwo sich die ACLs geändert haben, beispielsweise. Und hier sind so ein paar Auszüge aus so einer beispielhaften Konfiguration, wie ihr sie vorfindet, wenn ihr euch 8 installiert. Da sieht man dann zum Beispiel, also als Normal, Normal ist hier ein Template, das würde jetzt beinhalten P plus I plus N und so weiter. Also, ihr seht, Berechtigungen, Inodes und so weiter und so weiter. Das heißt, ihr müsst dann nicht die einzelnen Flex alle manuell aufschreiben, sondern ihr könnt dann einfach das Template Normal zum Beispiel an der Stelle benutzen oder Perms für Berechtigungen. Wir haben eine Frage. Eigentlich nur einen Kommentar. Ich bin zufällig der Debian-Maintainer von 8. Ach, das ist ja schön. Und stecke auch mit dem Upstream ziemlich eng unter einer Decke. Cool. Wir haben eine Manpage für die Konfiguration und die empfiehlt auch einige Makros und Kombinationen. Damit sieht das dann nicht mehr ganz so schlimm aus. Ach, super. Klasse. Das ist ein guter Hinweis. Ich muss zugeben, das Standard-Template reicht für mich für die meisten Dinge bisher und für Dinge, die wirklich abweichend sind. Da versuche ich dann wirklich möglichst simple Regeln zu bauen, die ich möglichst weit weiterverwenden kann. Im Debian-Paket sind auch sehr, sehr ausführliche Regeln drin für viele Pakete. Das ist vielleicht ein bisschen viel und erzeugt ein bisschen mehr Alarme, aber das muss man eh tunen. Genau. Also der Hinweis ist wirklich wichtig. Also es ist nicht so getan, dass ihr es installiert und dann feiern-forget-mäßig nie wieder da reinguckt. Das ist leider nicht der Fall. Ihr werdet da viel feintunen müssen, feststellen, oh, das ist mir ein bisschen zu viel Logging. Aber lieber am Anfang ein bisschen feintunen, als am Anfang zu wenig deaktivieren, würde ich sagen an der Stelle. Gut. Hier haben wir noch einen anderen Auszug aus der Konfigurationsdatei, wo man dann zum Beispiel sieht, für den Slash-Opt-Folder wird auf Content geguckt. Das heißt, wenn da jetzt über Nacht auf einmal ein definitiv kein Rootkit.sh angelegt wird, dann würdet ihr dann halt eben eine Benachrichtung bekommen, dass da besagte Datei auf einmal angelegt wurde. Und hier sind noch ein paar andere Beispiele für spezifische Konfigurationsdateien für den Paketmanager. Das ist jetzt ein Beispiel aus einem Red Hat-artigen Betriebssystem. Dürfte dann bei Deppchen oder anderen Systemen eben anders an der Stelle aussehen. Hat das von euch schon mal jemand benutzt? Okay. Die eine Hand verwundert mich jetzt nicht. Okay. Kommen wir zum nächsten Tool. Fail-to-Ban. Wer hat das schon mal benutzt? Okay. Gut. Da gehen viel Hände hoch. Dann muss ich vermutlich nicht mehr allzu viel dazu sagen. Das dürfte dann dem einen oder der anderen in der Runde hier bekannt sein. Prinzipiell ist ein IDS und IPS, also ein Intrusion Detection und Prevention System, ist in Python geschrieben und auf POSIX-System ausführbar. Das heißt, nicht nur auf Linux, das läuft auch auf einem BSD beispielsweise und integriert sich in Firewall, in Mail-Server zum Beispiel, aber auch in Applikationen wie so ein Web-Server und eine Datenbank quasi. So kann man es, glaube ich, in der Nutshell zusammenfassen. Und ja, was hier rechts in dem Bild schon dargestellt wird, es sollen halt so Dinge tun wie merken, jemand hat jetzt dreimal versucht, sich einzuloggen, hat das dreimal nicht geschafft. Dann ist das vielleicht potenziell eine Person, die das gar nicht tun sollte und gerade versucht, Passwörter einfach mal random auszuprobieren. Dafür ist Fail-to-Ban da. Dafür gibt es einerseits Filter, die überwachen nämlich die Log-Dateien, zum Beispiel die Log-Datei von eurem Apache oder SSH-Dienst. Kann aber auch zum Beispiel in so ein Log-File reingucken, wo euer WordPress reinloggt. Das würde auch gehen und dann kann man halt eben auch so Dinge konfigurieren, wenn jetzt jemand dreimal versucht, sich im WordPress anzumelden, dass er eben auch darin dann geblockt wird. Ja, da gibt es Sucheinträge und Schlagwörter. Wer Spaß daran hat, kann sich da mit regulären Ausdrücken bis zum Umfallen beschäftigen. Das geht auch. Es gibt Schwellwerte, die dann eben steuern, wann so ein System oder wann eine IP-Adresse gesperrt wird. Zum Beispiel nach drei Versuchen, das ist so ein Standardwert. Und eine Action ist ein Skript, das hinterlegt ist, das dann zum Beispiel so eine IP auf mehrere Arten sperren kann. Beispielsweise über NF-Tables oder Shorewall oder was es da eben noch für Firewalls gibt, die ihr da vielleicht antriggern wollt. Ja, und die Kombination von so einem Filter und eben einer Action nennt man auch Jail. Und das wäre zum Beispiel, so ein Jail wäre, wenn dreimal jemand versucht, ein SSH-Login zu machen und daran scheitert, dann wird ein NF-Tables-Block ausgelöst. Wir haben eine Frage. Ja, vielleicht eine ganz kurze Bemerkung zu diesen Actions. Die Skripte können alles machen, die können jetzt nicht nur IP-Adressen sperren, das sind ganz normale Shell-Skripte. Zum Beispiel, die können auch ein Alarming auslösen, beispielsweise eine Mail verschicken oder so. Ist ganz nützlich, wenn man halt jetzt nicht nur automatisch was machen will, sondern vielleicht auch mal erkennen will, dass man vielleicht einer richtigen Attacke unterliegt, die aus mehreren Vektoren besteht. Wo man ganz einfach mal guckt, was sonst noch gerade so passiert und dann mal ab einem gewissen Threshold automatisiert eine Mail verschickt. Ich finde das ganz spannend. Absolut. Und das Schöne ist, du kannst die Sprache deiner Wahl benutzen. Das kann Python sein, Perl, PowerShell, whatever. Also da kann man wirklich bauen, was einem beliebt. Gibt es noch weitere Fragen? Ne? Okay. Dann vielleicht noch ein paar Beispiele, was auch mitgeliefert wird. Also wenn ihr euch das installiert, werden schon eingegelt, es mitgeliefert. Wie gerade schon gesagt, SSHD-Klassiker gibt es aber auch nochmal in der Drop-Bear-Variante. Guacamole ist so ein Ding. PHP-MyAdmin ist mit drin. Für einen Apache ist was dabei. Für FTP-Server, wenn man das heutzutage noch benutzt. Datenbanken sind mit dabei. Mail-Server. Oder auch so Dinge wie GitLab beispielsweise. Also wenn ich ein GitLab benutze, kann ich da auch eine JL konfigurieren, dass wenn Leute sich da einloggen wollen und das nicht hinbekommen, dann geblockt werden. Config liegt je nach Distribution meistens unter etc-fail-to-ban-jl.de. Und die Beispiele gibt es hier unter jl.conf. Die sind meistens disabled. Könnt ihr einfach mal reingucken und schauen, was da zu euch passt und damit rum experimentieren. Hat jemand von euch schon mal NBDI benutzt? Ja. Gut, gehen Eingehände hoch. Ich habe mir das neulich das erste Mal angeschaut im Rahmen einer Prüfungsvorbereitung. Spannendes Thema ist die Network-Bound-Disk-Encryption. Und das ist eine Erweiterung für Lux-Geräte, wenn ihr das Eingeben der Passphrase vermeiden wollt. Zum Beispiel, ihr habt verschlüsselte File-Server, wollt jetzt aber nicht nachts, wenn die Maschine sich neu startet, euch einloggen und die Passphrase eintippen. Oder klassischer und viel realistischer, ihr klickt euch irgendwo Cloud-VMs und habt da Informationen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt für jedermann oder jede Frau zugänglich sein sollten. Dann kann man da eben auch NBDI benutzen, um die Maschinen automatisch booten zu lassen, ohne dass ihr manuell tätig werden müsst. Das bedeutet, ihr habt nach wie vor eine Passphrase, die als Fallback konfiguriert ist und habt auch diese Keys, die regelmäßig bootiert werden sollten. Und habt aber die Möglichkeit, über externe Komponenten die Eingabe der Passphrase weg zu automatisieren. Das heißt, was haben wir dafür? Naja, wir haben auf der einen Seite haben wir Klevis auf der Maschine, wo eben entsprechend unser Lux-Device liegt. Das entschlüsselt die Geräte, sofern Bedingungen erfüllt sind. Bedingungen ist jetzt erstmal ein bisschen vage formuliert. Und TANG ist eben eine Web-Server-Komponente jetzt in dem Kontext, die man benutzen kann, auf weiteren Systemen, also nicht auf der Maschine, wo die Daten liegen, die entschlüsselt werden sollen, sondern auf anderen VMs. Die stellen Schlüssel zur Verfügung und die trusted ihr quasi und können dann so Bedingungen definieren wie, ich habe drei Server und es müssen von den drei Servern mindestens zwei da sein. Und wenn diese Bedingung erfüllt wird, dann kann eben das Device entschlüsselt werden. Und ein Framework, was man hier zum Beispiel nutzen kann, ist das, ich weiß nicht, ob das jetzt Joes oder Jose ausgesprochen wird, ist ein Framework für die Fair- und Entschlüsselung von Web-Token. Und ja, das kann man in dem Kontext benutzen. Hier kleiner Side-Note nochmal, Lux-Geräte können bis zu 8, wenn ihr Lux 1 benutzt oder 32, wenn ihr Lux 2 benutzt, Schlüssel enthalten. Und NBDI nutzt genau dieses Verhalten. Das heißt, ihr habt eine Passphrase als Fallback, die ihr halt weiterhin benutzen könnt, aber habt weitere Passphrases, die halt eben über dieses Setup von Klevis und TANG reingeschrieben werden. Ja, also es ist ein weiterer Schlüssel, der quasi automatisiert getrusted wird und zur Entschlüsselung benutzt werden kann. Gibt es jemand, der noch nie Lux benutzt hat? Da gehen ein paar Hände hoch. Überhaupt nicht schlimm, kleiner Exkurs nochmal. Lux ist das Linux Unified Key Setup und das ist eine Spezifikation zur Fair- und Entschlüsselung von Block-Devices als Container, was Linux eben mitbringt. Das heißt, es gibt das Curl-Modul, das heißt dmcrypt und das könnt ihr verwenden, um eben diese Fair- und Entschlüsselung zu implementieren. Das benutzt auch in der Regel die AES-Beschleunigung der CPU. Also CPUs haben wir schon seit sehr langer Zeit AES-Beschleunigung, nutzt man ja auch für VPN-Tunnel und so weiter. Und dadurch ist Lux unabhängig vom verwendeten Dateisystem. Da gibt es halt eben hier drei Kommandos, das ist das Crypt-Set-Kommando. Ihr seht, mit Lux Format kann man ein Block-Device formatieren. Mit Open kann man es dann öffnen unter Angabe der Passphrase und mit Lux Close könnt ihr es entsprechend wieder schließen. Wir haben eine Frage hier aus der drittletzten Reihe. Auch wieder eine Anmerkung, wenn man Lux schon ein bisschen länger benutzt, hilft es, ist es sehr sinnvoll, dass man sich mal die Parameter anguckt, mit denen das Lux-Dateisystem bzw. mit dem das Lux-Device gebaut worden ist. Da gibt es eine Key-Derivation-Funktion, die aktuell sein sollte und das Lux-1-Header-Format will man eigentlich auch nicht mehr benutzen. Guter Hinweis, ja. Also es gibt auch verschiedene Algorithmen, die man benutzen kann, um den Container zu bauen. Genau, da einfach gerne mal in die Man-Page reingucken. Ich wollte jetzt nicht zu sehr in Details verfallen. Aber ich hoffe, der Exkurs hat geholfen, sich Lux mal anzugucken. Ist auf jeden Fall eine spannende Funktion, die sehr sinnvoll sein kann. Gerade auch auf dem NAS oder so oder für VMs. Da mal reinschauen. Genau, kommen wir kurz zurück zu NBDE. Wie wird das Ganze benutzt? Hier haben wir ein Beispiel von einem relativartigen System. Naja, ich installiere auf den weiteren Systemen eben meine TANG-Server. Dann habe ich ein Socket, was ich aktiviere und muss in der Firewall auch den HTTP-Dienst freischalten und einmal neu laden. Und schon habe ich dann diesen Dienst aktiviert. Und auf dem System, das ich hier benutzen will, oder wo das Volume ist, das ich entschlüssen will, automatisiert, installiere ich einmal hier CLEVIS, CLEVIS Lux und CLEVIS DRAG-COOT, damit es auch in die Ingram eingebaut wird. Denn wir wollen ja beim Booten keine Pathways eingeben. Wir haben eine... So, das war schon vorgegriffen. Ein DRAG-COOT ist eine gute Dokumentation mit CLEVIS und wo man das auch mit Reddit ab Version 9 produktiv benutzen kann. Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn man das neueste REL benutzt, ist es ein bisschen anders, als es bei REL 7 und REL 8 ist. Habe ich auch später nochmal die Links zur Doku verlinkt. Also schaut da gerne mal rein. Je nach Version muss man da ein bisschen Extraschritte teilweise noch einbauen. Genau. Wenn ihr das installiert habt, jetzt wird es ein bisschen hässlich, aber lasst euch davon nicht abschrecken. Es gibt verschiedene Policies. Also die gebräuchlichste ist SSS, das ist Shamir Secret Sharing. Und da könnt ihr eben so Dinge definieren, dass ihr zum Beispiel von zwei Servern müssen zwei da sein und vertrauenswürdig sein. Dann kann ich das Volume automatisiert entschlüsseln. Warum auch immer ist das eine Konfiguration, die in der JSON-Notation vorgenommen wird. Und warum auch immer ist es die Empfehlung der Dokumentation, das über eine Variable direkt in die Kommandozeile einzutragen. Deswegen sieht das hier so ein bisschen hässlich aus. Ihr seht, das ist eine Shell. Ich habe hier eine CFG-Variable. Und hier schreibe ich mein nested JSON-Key-Walue-Pair. Also T2 ist quasi, ja, wir haben eine Frage. Hast du das mal versucht mit Ansible einzurichten? Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß, aber das Schöne ist, Red Hat hat da eine Ansible-Rolle geschrieben und die funktioniert ganz gut. Also ich habe die noch nicht auf Nicht-Rell-Systeme ausprobiert. Also ob es auf dem Debian funktioniert, weiß ich nicht. Müsste man mal testen. Aber das ist so ein Kandidat für, wie mache ich mein Leben spannender, hast du absolut recht. Also was man hier so sieht, T2, also zwei müssen getrusted werden. Dann habe ich hier einen Pin und dann sage ich hier einmal diese URL. Das ist mal in einer Server, wo eben hier die Secrets zu finden sind und hier der zweite. Und wenn ich das gemacht habe, dann muss ich halt auch noch so Dinge tun wie einen Lux-Bind auf das Device machen. Unter Angabe dieser Policy, wo wir hier halt eben SSS benutzen. Wir haben hier noch eine Anmerkung in der ersten Reihe. Unter Angabe der Konfiguration kann ich dann diese Konfiguration auf das Device anwenden. Ohne es jetzt verifiziert zu haben, aber ich habe eine Vermutung, warum es in JSON ist. Wahrscheinlich wird es in den Lux-Header geschrieben. Das ist korrekt, ja. Der Lux-Header ist in JSON. Ach, okay. Das ist natürlich naheliegend dann. Aber es wäre trotzdem schön, wenn man so ein Tool hätte, das mir das ein bisschen erleichtert, das mit verschiedenen Shell-Parametern einzutippen, statt halt so ein String zu schreiben. Weil ich habe das gemacht mal und habe irgendwo ein fehlendes Komma gehabt. Habt ihr schon mal versucht, ein fehlendes Komma mit einem JSON-Lint daraus zu finden? Wenn ja, wie viele Haare habt ihr dabei verloren? Also, Debugging macht wirklich überhaupt keinen Spaß, kann man sagen. Dann hier, Red-Head-spezifisch, wenn ihr die Konfiguration gebeintet habt an das Lux-Device, müsst ihr auch einmal nochmal hier eine System-D-Unit, die für ein Pfarr zuständig ist, enablen. Sonst kommt das beim Buden nicht hoch. Ja. Eine weitere Anmerkung. Und an dieser Stelle nicht drüber wundern, dass trotzdem die Abfrage auf der Konsole kommt. Sie wird nur automatisch beantwortet. Richtig. Genau. Das muss man auch erstmal herausfinden, weil man macht dann natürlich ein Reboot, weil wir gucken, funktioniert das. Hat dann so eine Eingabe, ist erstmal genervt, ärgert sich, warum es nicht funktioniert hat. Fängt an zu tippen und bevor man den ersten Tastendruck ausgelöst hat, ist schon der Login-Prompt da. Also, das ist auch nochmal eine ganz wichtige Info. Funktional, ja. Usability kann man hier, glaube ich, eindeutig überarbeiten nochmal. Was ihr dann auch noch machen müsst, ist natürlich, es gibt die ETC-Crypt-Tab und die ETC-FS-Tab. Die müsst ihr natürlich noch anpassen, damit das Volume auch dann beim Buden automatisch gemountet wird. Weil ihr habt ja irgendwo einen Pfad, wo die Files liegen, die ihr da sehen wollt. Müsst ihr dann entsprechend nochmal angehen. Wir haben eine weitere Anmerkung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du noch darauf zu sprechen kommst, aber weil die Usability hier irgendwie nicht so schön ist, gibt es auf neueren Systemen ja auch die Möglichkeit, das Skript mit dem TPM zu entschlüsseln, dass der Key quasi im TPM gespeichert wird und dann den nur freigibt, wenn die Hardware nicht modifiziert wurde. Gibt es auch, ja. Habe ich mir noch nicht angeguckt, weil es halt ein nicht so ganz triviales Thema ist. Wie du schon sagst, TPM ist halt auch schon ein Thema, wo man vermutlich stundenlange Talks überführen könnte. Und es gibt ja TPM auch in mehreren Versionen und ist auch teilweise ein bisschen abhängig, je nachdem, wie meine Maschine konfiguriert ist. UEFI ist da immer ein großes Thema. Hast du damit schon mal gearbeitet? Ja, ich habe das eingerichtet und es ist mittlerweile alles in Systemd drinnen und eigentlich nur noch ein Kommando. Also richtig super. Cool. Wonach muss ich suchen? Was ist der beste? Systemd-Crypt-Enroll. Okay, cool. Danke für den Hinweis. Das ist das Problem. Es sei denn, du hast ARM-Systeme beziehungsweise... Der Hinweis war aber gerade, dass das nur für Intel-basierte Systeme gilt. Also ich denke mal, es wird vermutlich auch für ARM-D-basierte Systeme gelten. Aber wenn ich jetzt irgendwo einen RISC-V-Server habe oder einen ARM-64-Server, den ich mir bei einem Anbieter wo geklickt habe, dann kann es gut sein, dass das nicht funktioniert. Müsste man mal ausprobieren, aber klingt plausibel, weil ja da die Architektur eine ganz andere ist. Wir haben noch eine weitere Frage oder Anmerkung. Ja, ich hätte auch noch eine Frage. Kann man die Server, das sind ja quasi die Authentifizierung-Server, nur per HTTP ansprechen oder auch per HTTPS? Also du kannst auf jeden Fall den Port ändern, das habe ich in der Doku gesehen. Es gab irgendeinen plausiblen Grund, warum es kein HTTPS sein kann, was verrückt klingt. Ich kann es dir jetzt aber nicht sagen, warum es nicht funktioniert. Also ich habe jetzt keine Lösung parat, wie es mit HTTPS gehen würde. Ja, so könnte man es halt nur im lokalen Netz dann. Also das heißt, der Schlüssel-Server muss im gleichen Netz sein. Genau, ja. Und man könnte es dann also nicht benutzen mit einem anderen Server, der ganz woanders ist. Also du willst das schon potenziell nah an deinem Server haben. Du willst jetzt nicht deine Key-Server irgendwo bei einer Cloud im Internet stehen haben, sondern die willst du schon im gleichen Subnetz-Nachmöglichkeit haben und die auch wirklich so über eine Data Center Firewall konfiguriert, dass vielleicht nur der Server drankommt, der drankommen soll und ein Monitoring-System, weil das natürlich potenziell auch wieder für andere Zwecke missbraucht werden könnte. Hast du vollkommen recht. Und über das Tor-Netzwerk sollte man es vielleicht auch nicht machen? Das ist ja so die Frage. Also ich würde das jetzt nicht für alles nutzen. Ich würde das jetzt wirklich nur nutzen, wenn es einen spezifischen Grund gibt, dass du das wirklich brauchst. Also zum Beispiel, du hast irgendwo einen Storage, wo Daten drauf liegen, in einem abgespeckten Netzwerk und da willst du einen automatischen Boot hinkriegen und willst keine Passwords, die personalisiert sind zum Beispiel. Da könnte ich mir das vorstellen. Aber das sind alles so Themen, das macht man nicht, weil es cool ist, sondern weil es eine Notwendigkeit dafür gibt. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Okay, dann kommen wir mal zu DevSec. Das ist ein Tool, das ich total wertschätze. Und ich hoffe, dass ich euch davon auch ein bisschen oder dafür begeistern kann. Worum geht es da? Naja, der Grundgedanke ist, so eine regelmäßige Auditierung ist unabdingbar. Das heißt, ein System, das heute sicher ist, muss es morgen nicht unbedingt immer noch sein. Also ständige Updates bringen ja auch potenziell neue Komponenten und auch Fehler. Wir alle kennen das, ein neues Feature bringt ein neues Feature und macht ein anderes kaputt oder ein Bugfix baut einen anderen Fehler wieder ein, der vorher nicht drin war. Und manchmal hat man auch einfach kritische Lücken, die außerplanmäßiges Handeln erfordern. Wir alle können uns auch an Heartbeat, Spectre oder Meltdown erinnern. Das ist so ein Schlagwort, da muss man halt einfach jetzt handeln. Und ein System muss halt schon bei der Bereitstellung möglichst sicher sein, weil, machen wir uns nichts vor, nachträglich macht man das nicht sicher. Also wenn etwas Stand heute unsicher ist, ihr werdet euch nicht danach nochmal hinsetzen, nachdem die Maschine portgegangen ist und werdet die abhärten. Das passiert nicht. Und Hardeling muss auch weitestgehend automatisiert werden, damit es praktikabel und auch effizient ist. Wenn ich einen hohen manuellen Aufwand habe, dann werde ich meine Maschine nicht absichern und das Endresultat ist, ich habe ein unsicheres System und damit ist keinem geholfen. In dem Kontext ist OpenSCAP noch mal zu erwähnen. Das ist eine freie Implementation von SCAP. Das ist das Security Content Automation Protocol. Das ist ein Protokoll zur automatisierten Vulnerability und Compliance-Messung. Das heißt, das Ding sagt euch auf einer Skala von 0 bis 100, wie sicher ist euer System. Ist praktisch, gerade weil es im Internet auch viele Kataloge gibt, die ihr benutzen könnt. Zum Beispiel das OpenSCAP-Projekt liefert Katalogquellen. Es gibt das GitHub-Projekt Compliance as Code. Das aber vor allen Dingen ist meine persönliche Erfahrung für internationale Standards interessant. Das heißt, wenn eine Kundin hat, die Kreditkarteninformationen verarbeiten, dann müssen sie halt nachweisen, dass ihre Systeme nach dem PCI-DSS-Standard abgehärtet sind. Dann kann man das nutzen. Hier war, glaube ich, gerade eine Wortmeldung. Ist das dann vergleichbar mit Linz, wo man dann einen Test macht und dann kriegt man raus, was quasi Schwächen sind, wo man dran was machen müsste? Das Tool kenne ich gar nicht. Ich kenne nur den Webbrowser auf der Kommandozeile, der so heißt. Nein, also Linz, also L-Y-N-S. Okay, habe ich noch nie gehört, aber klingt gut, nehme ich gerne mit. Wo ist das Problem bei OpenSCAP? Also um es zu benutzen, ist total super. Problem ist, wenn man das anpassen will, das ist nur bedingt möglich, weil ihr habt dann so einen riesigen Katalog und dann könnt ihr euch mit dem SCAP Workbench Tool, so eine GUI-Applikation, könnt ihr euch ein Tailoring-File anlegen, was dann halt spezifische Checks deaktiviert. Weil wir kennen das, 100 Findings und 10 davon, die können halt nicht geändert werden, weil geht halt nicht. Wir alle kennen diese Anforderungen. Und dann kann man halt, damit der Check grün ist und der C so happy ist, diese Checks halt deaktivieren. Das ist halt das Tailoring-File. Aber eigene Inhalte anzulegen, ist wirklich extrem aufwendig. Ich habe mir das mal angeguckt, das ist echt wild. Das ist irgendwie, ihr habt eine Sammlung an XML-Dokumenten, die jagt ihr durch einen Compiler und der baut andere XML-Dokumente daraus. Das wusste ich gar nicht, dass es einen XML-Compiler gibt. Und das macht die Sache wirklich nicht sehr trivial. Es gibt aber Alternativen, wie zum Beispiel InSpec oder CNSpec, was ein bisschen einfacher ist. Also wenn ihr eigene Kataloge anlegen wollt, werdet ihr vermutlich mit OpenSCAP nicht sehr happy sein, befürchte ich. Da schlagen wir jetzt die Brücke zu DevSec. Was hat DevSec damit zu tun? Na, wie gerade schon gesagt, Systeme sollen sicher bereitgestellt werden, aber auch bestehende Systeme will ich immer regelmäßig nochmal auditieren, ob sie auch sicher sind nach wie vor noch. Und je nach Systemlandschaft ist das ein hoher Aufwand, weil fünf Systeme kriege ich vielleicht schnell abgefrühstückt, aber wenn ich mal so 500 Server oder mehr habe und will die überprüfen, dann ist das schon ein immenser Aufwand teilweise. Und DevSec kann hier eben helfen, weil es Server und Applikationen auditiert. Es gibt sogenannte Baselines, das sind so Konfigurationen, die eben die Systeme überprüfen für Windows, für Linux, SSH, SSL, Apache, Nginx. Und die zeigen euch dann halt auf einer Skala von 0 bis 100, wie compliant eure Systeme sind. Wie wird das Ganze gemacht? Es gibt diese Baselines, das sind eigentlich so Anforderungskataloge, wie man sie vielleicht auch von OpenSCAP her kennt. Und die Informationen, die da reinwandern, das sind so Informationen aus den Sys-Benchmarks. Also Sys kennt ihr vielleicht, das ist das Center for Internet Security, das sich mit genau solchen Themen beschäftigt. Es gibt die NSA Hardening Guides für spezifische Applikationen oder Betriebssysteme. Die fließen da mit rein in diese Informationen. Und die Hersteller wissen ja potenziell am besten, wie sie ihre eigenen Applikationen absichern könnten. Das heißt, es gibt auch nochmal die Hersteller Best Practices und Hardening Guides, die da auch mit reinkommen. Also man hat wirklich einen Katalog, der sehr umfangreich ist. Und die Überprüfung, die erfolgt halt über InSpec, bald CNSpec. Da gibt es gerade in der Community eine Umstellung. Und das Ganze ist Open Source. Und warum ist das so toll? Weil es gibt eine Automatic Remediation. Das heißt, für diese Baselines, also für die meisten davon, habe ich eine Ansible Rolle. Oder ich habe einen Chef-Cookbook oder ich habe ein Puppet-Modul und kann das einfach konsumieren, auf den Knopf drücken, gehen Kaffee trinken und mein Server wird danach abgehärtet. Das heißt, es ist ja schön gut, wenn ich weiß, welche Dinge unschön auf meinem System konfiguriert sind. Das bedeutet aber ja immer noch, dass ich das konfigurieren muss. Und DevSec nimmt mir das halt eben ab. Also ich kann halt einfach einen Automatismus runterladen, kann den konsumieren. Das Ganze gibt es auf GitHub. Ihr könnt in der Ansible Galaxy gucken oder im, wie heißt es bei Chef? Ja, also die haben ja auch alle ihre eigenen Plattformen, wo ihr eine Automatismen suchen könnt. Da ist das alles mit drin. Und vielleicht hier mal so ein Beispiel. Das ist jetzt ein einfaches Playbook, wo ich eben diese Rolle anwende. Ja, DevSec Hardening, OS Hardening. Und dann wende ich erstmal alles an. Und man kann aber auch, wie bei jedem Ansible Automatismus halt gucken, welche Variablen kann ich da noch benutzen, um das Verhalten zu ändern. Denn machen wir uns nichts vor, es wäre ein bisschen arg romantisch, wenn man erwarten würde, man geht einen Kaffee trinken und nach 10 Minuten hat man ein super sicheres System, das man benutzen kann. Die Realität ist oftmals, ihr habt danach ein kaputtes System, das ihr nicht mehr benutzen könnt. Ja, also da ist viel Testen wieder erforderlich, weil hier ist so ein Klassiker, ja, hier IPv4 Forwarding. Wenn ich das deaktiviere, kann ich halt keinen Docker- oder Podman-Container mehr ausführen. Also kann ich schon, aber ich kann ihn dann halt netzwerktechnisch nicht mehr erreichen, notwendigerweise. Ist vermutlich nicht das, was ich will, ist aber sehr sicher. Also guckt da einfach mal rein, was da so die Best Practices sind. Vielleicht mal als Abschluss, wir nähern uns langsam dem Ender, was vermutet ihr auf einem nagelneuen Sandoz Stream 8 System, wie viele Checks von so einer Linux-Baseline sind da rot? Also wenn ich die hier ausführe, sollte doch eigentlich nicht so viel rot sein, ist doch ein relativ nacktes System, das ich mir hochziehe. Ne, Server, also keine Desktop-Maschine, sondern wirklich ein Server ohne irgendwelche Dienste, die da drauflaufen. So eine klassische Vagrant-Box, die ich mir hochziehe. Gucken wir mal rein. Naja, 68 Failures von 122 oder von knapp 200. Ja, das ist natürlich nicht so schön, aber wenn ich den Automatismus ausführe, und das ist das, was wir hier sehen, wir haben ein Ansible Playbook, das dann eben Dinge tut und konfiguriert. Das Playbook macht ja auch gleich noch andere Dinge, Aid und so weiter, weil ich habe all das, was ich euch erzählt habe, habe ich euch mal in den Quellcode gegossen und auf GitHub hochgeladen. Dürft ihr gerne selbst ausprobieren und für euch experimentieren. Und wenn ich es danach nochmal neu ausführe, dann sieht es halt besser aus. Dann sind es auf einmal nur noch drei Failures. Und in meinem Fall war das so, das waren irgendwelche CPU-Firmware-Bugs, wo ich für irgendwelche Memory-Angriffe verwundbar bin. Und es ist natürlich klar, die VM kann halt nicht die Firmware meiner CPU patchen. Erst recht nicht, wenn es für die CPU keine Firmware-Updates mehr gibt. Aber das ist dann schon eher das, was man sehen möchte, dass möglichst viel grün ist. Und dann kann man über die letzten Findings nochmal diskutieren und drüber gucken, was da schiefgelaufen ist. Und das benutze ich konsequent einfach für sämtliche Projekte, auch im Homelab. Und damit hat man wirklich, 100% gibt es nie, das wissen wir alle, aber wirklich einen Großteil der Findings hat man erschlagen. Und für alles Weitere kann man dann nochmal mit anderen Tools drangehen. Noch ein paar Best Practices. Wie schon gesagt, Testen ist ganz wichtig. Führt die Rollen erst auf euren Testsystem aus. Erprobt das auch mit anderen. So 4, 6, 8 Augen Prinzip ist da sehr sinnvoll. Anwendungen werden sehr wahrscheinlich nach der Herdung nicht mehr funktionieren. Versucht herauszufinden, wieso und testet das. Immer mal in die Doku reingucken. Und wenn ihr sagt, ich habe hier 500 Server und ich will jetzt nicht hier für 500 Server mir so eine hässliche Konsole angucken, was legitim ist. Guckt euch mal das Heimdall2-Projekt an vom MITRE. Die haben dafür eine Web-GUI gebaut. Da könnt ihr einfach den Report, also das kann man sich auch als XML oder JSON exportieren. Und dann macht die GUI so ein schönes Dashboard raus, das man auch dem CISO zeigen kann. Und ganz wichtig, Version-Pinning. Ja, also gerade wenn man irgendwelche Automatismen aus dem Internet benutzt, nie ungetestet eine neue Version der Hardling-Rolle ausführen. Habe ich einmal gemacht, hat mir die Produktion zerschossen, muss ich nicht nochmal haben. Also um beim Beispiel von Ansible zu bleiben, legt euch eine Requirements.yaml an, macht da Version-Pinning, sagt hier, ich habe jetzt heute diese Version der Rolle ausprobiert. Wenn eine neue Version der Rolle rauskommt, testet das in eurer Testumgebung. Und wenn das funktioniert, rollt ihr es sukzessive auf die Produktion aus. Und ja, also da auf jeden Fall Testing eine wichtige Sache. Genau, hier der Link zum GitHub-Repository, da könnt ihr gerne mal reingucken. Da ist zum einen drin, um das mal kurz zu zeigen. So, da ist halt ein Vagrant-Box dabei, dass ihr euch das angucken könnt. Es ist ein Ansible-Code dabei, der dann entsprechend einmal das System härtet. und dann aber auch 8-Konfiguriert, Firewall-Konfiguriert und so weiter. Ist hier alles wirklich Step-by-Step dokumentiert. Ihr braucht halt mindestens 8 Gigramm oder so, um meine Frame auf eurem Rechner hochzuziehen. Guckt es euch gerne an, wenn ihr da Feedback habt. Also Ideen, PRs sind da immer willkommen. Ja, das wollte ich an der Stelle anmerken. Und ich glaube, wir haben noch eine Wortmeldung gerade irgendwo gehabt. Genau, hier vorne. Kleine Anmerkung zum Version-Pinning bei Ansible. Es gab heute Morgen einen sehr guten, nein, ich weiß nicht, ob er gut war, einen Vortrag zu Renovate. Das ist ein Tool, um automatische Versions-Updates als Pull-Request oder Merge-Request, je nachdem, welches Git-Hoster man benutzt, für Projekte einzubringen. Und das funktioniert auch für Ansible-Rollen. Sehr gut, ja, also wenn man das wirklich konsequent nutzt, also dann will man ja eh irgendwie sowas haben, wie ihr habt eine Pipeline, die automatisch immer Dinge testet und dann für euch auch in die nächste Stage übergibt. Da ist es eine gute Idee, da auch den Ansible-Code mit reinzunehmen, weil bei Ansible ist es halt auch nicht anders wie bei anderen Programmiersprachen. Es gibt halt immer wieder jede Menge neuen Content, den wollt ihr vielleicht testen, bevor ihr ihn ausrollt. Gut, wir haben noch eine weitere Anmerkung. Eine Frage. Halt. Halt. Die Folien sind online zu bekommen, ne? Die sind online zu bekommen, ich würde jetzt direkt nach dem Talk hochladen, weil ich habe jetzt keinen Typo gefunden, ihr habt mich auf keinen Typo hingewiesen, also kann ich das PDF hochladen. Merci. Ja, genau. Und wie gesagt, auch gerne da Feedback dalassen. Und ansonsten wäre ich damit fertig. Am Ende noch ein kleiner Hinweis, wenn euch Themen wie das interessiert, alle zwei Wochen eine Podcast-Episode, also am Ende des Monats immer News des Monats oder in der Mitte des Monats, thematische Folgen, wie zum Beispiel auch über Konferenzen, über Nixos haben wir zum Beispiel neulich eine Folge gehabt, das ist auch heute hier ein großes Thema auf der Konferenz gewesen, gibt es überall da, wo es Podcast gibt, hört gerne rein. Und ansonsten, wenn ihr keine weiteren Fragen mehr habt, möchte ich mich ganz herzlich für das tolle Feedback und die Fragen und die Aufmerksamkeit bei euch bedanken. Ich habe den Begriff heute schon mehrfach gebraucht, Druckbetankung. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Wer hat noch Anmerkungen, wer hat noch Fragen, wir hätten noch ein, zwei Minuten. Da gehen einige hoch. Ja, ich hätte noch eine Frage zu dem Fail to Ban. Ja. Da gab es einen Vortrag, der ging um Krautsec, ein Tool, was ähnlich ausgestattet ist. Ist das bekannt? Gehört, aber habe ich bisher noch nie benutzt, aber das muss auch nichts heißen, weil es gibt so viele Tools im Security-Kontext. Also wir haben auch heute, auch wenn das eine Druckbetankung war, absolut richtig, haben wir wirklich nur an der Oberfläche gekratzt, haben uns ein paar Tools angeguckt. Es gibt, glaube ich, noch viel mehr Tools tatsächlich. Also es ist ganz gut, dass du das jetzt ansprichst, weil das wollte ich auch gerade ansprechen. Und zwar, der Vortrag war leider schon heute Morgen, aber tatsächlich setze ich schon seit längerer Zeit Krautsec selber ein. Der Vorteil gegenüber Fail to Ban ist, dass gerade wenn man mehrere Server hat, dass man halt eben mit einem Client-Agent-Prinzip arbeitet an der Stelle und damit auch die Möglichkeit hat, über eine Local API zum Beispiel die Bans auf der einen Maschine auch auf der anderen Maschine auswirken zu lassen. Das ist eine ganz gute Sache und zusätzlich gibt es da auch noch eine Central API, die optional verwendbar ist, wo man dann auch zum Beispiel in der Community mit teilnehmen kann, wo dann eben auch andere reporten können, dass Sachen, also dass eine IP zum Beispiel blockiert worden ist. Und das ist die modernere Variante von Fail to Ban, würde ich sagen. Und nutzt anstelle von Regular Expressions auch Krog, was deutlich angenehmer ist als Regular Expressions an der Stelle. Ist das FOSS, also kann man das einfach so benutzen oder gibt es da irgendwelche Shady-Eulers? Das ist Open Source, also du kannst es so benutzen. Es gibt noch dann so eine CTI dazu, wo du mehr Informationen zu irgendwelchen Bans bekommst. Das kostet dann ab irgendeinem Punkt Geld, aber das Tool an sich ist umsonst. Wenn du nur die Local API verwendest, passt das. Wenn du die Central API verwendest, dann kannst du deine Daten sharen, kannst dann auch wieder Sachen kostenlos nutzen. Schaut es euch mal an, das ist einfach, steckt da auch nicht so im Detail drin. Also das ist schade, dass der Vortrag heute Morgen war. Klingt aber gut, danke für den Hinweis. Wird ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Crowdsack hieß das Tool. Vielleicht noch eine Anmerkung für Leute, die öfters mal Attacken unterliegen, bevor so Sachen wie Fail to Ban zum Schwingen kommen. Es gibt einen sogenannten Port Scan Attack Detector. Hätte ich eigentlich gedacht, hättest du drüber was gesagt. Ist ein bisschen älter, ist glaube ich in Pol geschrieben, damit relativ CPU intensiv. Was das Ding macht, es erkennt bereits Scans. Das heißt, wenn ihr via Nmap oder so enumeriert werdet, kann da bereits via Fail to Ban, glaube ich, was das Backend angeht, laget mich ja nicht fest, aber auf jeden Fall werden dann die IPs sofort gesperrt, konfigurierbar. Ist vielleicht eine Idee, wenn man sagt, ich möchte eigentlich gar nicht erst gucken, dass es irgendwie so zu Fail to Ban kommt, weil die Maschine steht in der Last und und und. Heißer Tipp, das Ganze ist ein bisschen CPU intensiv. Ich habe da mindestens ein bis zwei Kurs für spendiert in meiner VM, nur für diesen Zweck, um da halt, wie gesagt, so ein bisschen die Last von Feld über hinzunehmen. PSAD nennt sich das. Cool, danke für den Hinweis. Herr Zeit mir, Zeit ist um. Christian, großes Dankeschön. Sehr gerne, danke für die Aufmerksamkeit. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.